Schon seit mehr als 20 Jahren organisiert ein Geheimbund illegale Rennen durch Deutschland. Dieser Geheimbund mit dem Namen Autobahnraser wird seit dem ersten Rennen von der Polizei auf Schritt und Tritt überwacht. Jedes Jahr versucht sie die Raser aufzuhalten, ohne jeglichen Erfolg. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020